Dass Großbritannien jetzt hochgiftige Panzerbrechen der Uranmunition an die Ukraine liefern will, ist mehr als bedenklich. Im Westen scheint sich darum aber niemand Gedanken zu machen. Und das, obwohl sich der Westen der exzessiven Anwendung von Geschossen mit angereicherten Uran schon zweimal schuldig gemacht hat. Im Zuge der Irakinvasion 2023 und während der Luftoperation der NATO gegen serbische Verbände in Bosnien 1995 und im Kosovo-Krieg 1999. Mit Blick auf die militärische Intervention der NATO im ehemaligen Jugoslawien wurde Anfang der Nullerjahre das sogenannte Balkansyndrom zum geflügelnden Wort. Der Einsatz uranhaltiger Geschosse ging insbesondere mit Krebserkrankungen bei Soldaten der NATO einher. So beklagte die italienische Armee damals den Leukämie-Tod von mindestens sechs ihrer Soldaten, die im Kosovo oder in Bosnien im Einsatz gewesen waren. Weitere 13 Soldaten seien ebenfalls an Krebs erkrankt oder gestorben, hieß es damals alleine aus Italien. Um die Wüstenstadt Baschra im Süden des Iraks gelegen, hatten die Kämpfe im Frühjahr 2003 getobt. Die damalige Koalition der Willigen hatte zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen uranhaltige panzerbrechende Munition gegen das Militär von Saddam Hussein eingesetzt. Um die Stadt betrug die Strahlenbelastung später das 20-fache des normalen Werts. Vor allem Kinder, die auf den Panzerfrags spielten, erkrankten schwer. Die Zahl der Krebsfälle stieg in den Jahren nach 2003 drastisch an. Gehirntumore, Knochenkrebs, körperliche Missbildung, vor allem aber auch Leukämie waren die Folge. Tausende Kinder und Erwachsene mussten an den tödlichen Krankheiten sterben.